Heute ist und war Familientag für Christian, für mich und für den Bagger. Schließlich soll die Strecke ja fertig werden vom 50-jährigen Jubiläum. Jubiläumsgeschichte. Der Verein ist ja nicht 50 Jahre alt und die SKM ist ja erst in den 70er gestanden. Vorher hieß es ja anders in Räumseppensee. Einige wissen, dass wir das gemacht haben, dass die ein bisschen später angefangen sind. Das ist der Verein. Das macht aber ja nichts. So, hier wird jetzt der Wegübergang gemacht zum Sendemassen. Heute Morgen haben wir noch Sand gefahren. Ausgerichtet, gestopft. Mann, was für eine schwere Arbeit. Da wäre ich doch auch lieber auf dem Sofa jetzt. Das wird der Bauer und Hundert-Gerchen, nur 40 Joule. Das wird der Bauer und Hundert-Gerchen, nur 40 Joule. Und hier kommt unsere Ausweiche hin und ein Strang geht noch in den Schuppen. Untertitelung des ZDF, 2020